Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal The Hiking Viking. In diesem Video zeige ich euch Ausrüstungsgegenstände, die ich mitnehme auf eine zweiwöchige Kanu-Tour in Schweden. Kurz zu der Kanu-Tour. Die Kanu-Tour ist in einem Grenzgebiet in Nordschweden. Das ist eine schöne Seenlandschaft, wo man von einem See in den anderen See praktisch mit den Kanu übersetzen kann. Das Kanu, was ich habe, ist geliehen über einen Kanu-Verleih. Ich habe mir einen Zweier-Canadier besorgt. Das Paddeln wird, glaube ich, nicht ganz einfach, weil so ein Kanadier sehr schwerfällig ist, wenn man das alleine paddelt, also im Vergleich zu einem Kajak zum Beispiel. Auf jeden Fall habe ich über diesen Kanu-Verleih auch den Proviant mitbekommen für zwei Wochen. Auch mit dabei war ein Zelt, eine Säge und ein Ball, was ich jetzt Gottseidank auch nicht mitschleppen muss. Deswegen zeige ich euch jetzt erstmal, was ich mitnehme. Ich habe dabei meinen 65 Liter Wanderrucksack. Den kann ich dann schön im Boot verstauen, muss ich Gottseidank nicht schleppen. Fangen wir mal ganz oben an. Für das Boot habe ich mir einen kleinen Schwamm besorgt, um das Wasser aus dem Boot rauszubekommen, weil es wird halt immer mal passieren, dass sich da am Boden des Boots Wasser sammelt. Dann habe ich dabei wieder ein Erste-Hilfe-Paket. Dann natürlich ein Feuerzeug. Dann habe ich mir ein paar Arbeitshandschuhe eingepackt, zum Holzhacken und zum Sägen. Mit dabei habe ich einen Wasserfilter. Wie ihr sehen könnt, hat er hier zwei Schläuche. Der untere Schlauch wird ins Wasser gehalten und der Schlauch mit dem Ende in die Trinkflasche rein. Da muss man praktisch einfach nur noch hier die Pumpe betätigen. Das Wasser wird einmal hier durchtransportiert gefiltert. Ich habe relativ viele Wasserfilter schon ausprobiert und die hat mich bis jetzt am meisten überzeugt, weil das Filtern auch relativ schnell vonstatten geht und mit sehr wenig Kraftaufwand, was bei anderen Wasserfiltern nicht immer selbstverständlich ist. Dann habe ich hier so ein Beutel dabei mit jede Menge Paracord. Brauche ich für alle möglichen Dinge wie Tarp, Zelt, Hängematte und so weiter. Dann habe ich natürlich auch einen Feuerstahl dabei. Dann habe ich ein paar Brotschuhe dabei. Der eine oder andere von euch kennt ihr vielleicht. Das Material ist da halt extrem dünn, so dass sie schnell trocknen können, falls sie nass werden. Und die Sohle ist halt ein bisschen gummiert, dass man nicht wegrutschen kann, falls man irgendwie auf rutschigen Steinen aussteigt aus dem Kanu. Dann natürlich ein Messer. Dann habe ich ein Kopftuch dabei, um mich so ein bisschen vor der Sonne zu schützen. Dann ganz wichtig, Mücken-Spray, weil da werden schon einige unterwegs sein. Sonnencreme, weil ich ja so ein Weißbrot bin. Auch mit dabei habe ich eine Reiseseife. Die ist ökologisch abbaubar und ist total praktisch, weil damit kann man halt einmal den Körper waschen, die Kleidung und Geschirr zum Beispiel. Und ganz wichtig bei solchen Seifen, wenn man sich damit wäscht, dann nicht direkt im See oder am Fluss, sondern am besten auf Land. Dann einfach mit Wasser, weil dadurch wird das noch mal ein bisschen besser gefüllt hat und schneller abgebaut. Dann habe ich ein schön leichtes, schnell trockendes Mikrofaser-Handtuch dabei. Ein wasserdichter Beutel für insgesamt 30 Liter Fassungsvermögen. Dann habe ich hier so ein Beutel dabei, wo ich meine Medikamente mit drin habe. Einmal ganz richtig Kohletabletabletten, falls man was Falsches isst oder trinkt. Eine Zeckenzange und dann noch Schmerzmittel und was gegen Insektenstiche. Eine Wasserflasche zum Beföhnen. Eine Sitzunterlage. Dann habe ich drei Powerbanks dabei, alle übersolar aufladbar. Die werde ich auf jeden Fall auch brauchen. Fürs Handy würde wahrscheinlich eine Powerbank reichen, aber da ich auch noch meine Kamera und alles mit habe, sind drei auf jeden Fall besser. Auf diesen Gegenstand freue ich mich richtig. Ich habe mir so ein kleines Set gekauft zum Schnitzen. Da hat man hier verschiedene Werkzeuge drin, um verschiedene Schnitztechniken auszuprobieren. Hier auch Bollhandschuhe, damit man sich nicht schneidet. Ich habe mir da so ein paar Projekte überlegt, die ich in der Zeit machen möchte, um mir so ein bisschen auch die Zeit zu vertreiben. Mal gucken, ob ich das alles so hinbekomme. Ja, dann habe ich dabei Besteck und einen kleinen Teller praktisch. Mehr Küchenutilien brauche ich auch gar nicht, weil die waren alle schon bei der Ausrüstung vom Kanuverleih mit dabei, was ganz praktisch ist. Dann natürlich eine Isomatte, ein Kopfkissen, aufblasbar. Dann ein Tarp, 3x4 Meter. Einen kleinen Sommerschlafsack, der sollte auf jeden Fall jetzt noch für die Jahreszeit reichen, hoffe ich zumindest. Ansonsten einfach mit Kleidung schlafen im Schlafsack. Ja, ich werde in einer Hängematte die meiste Zeit schlafen, deswegen habe ich hier meine Hängematte von Amazonas dabei, ultraleicht, mit Mückennetz, ganz wichtig. Und für die Hängematte ganz wichtig, ein Undercilt. Für diejenigen, die das nicht kennen von euch, das ist ja praktisch eine Isolierung für die Hängematte, weil wenn man nachts in der Hängematte drin liegt, kann es schon von unten ziemlich kalt werden, trotz Isomatte. Und dadurch geht halt der Wind nicht so durch. Ja, jetzt habt ihr ja schon mal einen kleinen Überblick von den Gegenständen, die ich mitnehmen werde. Zu der Tour werde ich natürlich auch ein Video für euch machen. Wie viele Tage ich filmen werde oder ob ich nur einen Tag filme, das weiß ich noch nicht genau. Das werde ich alles ziemlich spontan entscheiden. Auf jeden Fall werde ich euch mitnehmen. Es wird spannend. Ich hoffe, dass ihr dann wieder einschaltet und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschau, Leute.